Auch 18 Tage bis Marvel Rivals und heute bekommen wir von Punisher den neuen Skin revealed. Und zwar bekommen wir von Punisher den Punisher 2099er Skin, das heißt von der Zukunft. Und ich finde es sieht recht schick aus, also ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Bin gespannt wie er ingame aussieht, man weiß ja leider nie wie er wirklich schon ingame aussieht, aber kommt gut. Und freue mich auf jeden Fall drauf, auch ihn mal in so einem Skin zu sehen. Ist jetzt nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich würde ihn jetzt nicht kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch nicht so der Punisher-Spieler gewesen in der Beta, aber er lässt sich sehen. Was haltet ihr von dem Skin? Lasst mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare.